Unter Bedürfnis versteht man in der Alltagssprache Verlangen, Wunsch, Ansprüche oder etwas meist Materielles zum Leben Notwendiges. In der Psychologie wird Bedürfnis oft definiert als Zustand oder Erleben eines Mangels, verbunden mit dem Wunsch ihn zu beheben oder als das Verlangen oder der Wunsch einem empfundenen oder tatsächlichen Mangel Abhilfe zu schaffen. Dieser allgemeine psychologische Begriff dem die Termini Motiv und Motivation Sinn verwandt sind, ist Bezugspunkt der Darstellung und ist den wirtschaftswissenschaftlichen, philosophischen oder anderen Verwendungen des Begriffs verwandt. Begriffliche Unterscheidungen in der Psychologie Der Ausdruck Bedürfnis wird in der Psychologie für zwei verschiedene Sachverhalte verwendet, für eine zeitstabile Disposition einerseits und für den aktuellen Zustand eines Organismus andererseits. Bedürfnis als Disposition In der Motivationspsychologie ist ein Bedürfnis ein relativ zeitstabiles Merkmal eines Organismus, das dessen Neigung angibt, eine bestimmte Klasse von Zielen zu verfolgen. Beim Menschen ist ein Bedürfnis eine Persönlichkeits-Eigenschaft und wird Motiv genannt. Die Motive, nach denen am meisten geforscht wurde, sind das Leistungsmotiv, das Machtmotiv und das Intimitätsmotiv. Bedürfnis als Zustand Aufgrund der doppelten Bedeutung des Ausdrucks Bedürfnis empfiehlt es sich, nach Möglichkeit die Begriffe Motiv und Motivation zu verwenden. Einteilung der Bedürfnisse Nach Art der Befriedigung Individual Bedürfnisse können von einem Menschen alleine befriedigt werden. Kollektivbedürfnisse können nur von einer ganzen Gemeinschaft befriedigt werden. Nach Dringlichkeit Grundbedürfnisse umfassen die Bedürfnisse nach natürlich sauberer Luft, natürlich sauberem Quellwasser, Schlaf und Entspannung, Wohlwollen, Respekt und Partner bringen Kraft, Transparenz schafft Sicherheit, Orientierung, konsistente Freiheit und ermögliche Selbstbestimmung. Unterkunft Unterkunft, Wohnung, Wohnen, Garten, Wald, Gewässer als gesunder Lebensraum und eine Geborgenheit fördernde Gemeinschaft, Familie, Gemeinde. Mit respektvollen Rückmeldungen zur Orientierung fördern Gesundheit, wenn dazu gesunde Nahrung, Wärme, Bewegung und Heilung bei Krankheit und Privatsphäre für Innenschau, Selbstreflexion, Trauer und Inneres ordnen und Planen gewährt werden und jede er dazu entsprechend seinen Fähigkeiten beitragen kann und liebevoll, feinfühlig, freundlich darauf orientiert, gefördert und eingestimmt wird. Existenzbedürfnisse sind solche, die auch bei Mangel in der Not noch realisierbar erscheinen oder selbst bei Strafe noch gewährt werden. Zum Beispiel ausreichende Nahrung und Wasser, Luft, Kleidung, Wohnraum, Beschäftigung, Bewachung, Intervention, Aufbewahrung und Medikamente. Hier geht es nicht um ein möglichst nachhaltig gesundes Leben. Luxusbedürfnisse umfassen die Bedürfnisse nach luxuriösen Gütern und Dienstleistungen, auch wenn sie an anderen Stellen Not, Leid und Umweltfrevel fördern. Eine Grenze zur Begierde ist nicht vorhanden. Kulturbedürfnisse beschreiben den Wunsch nach Kultur. Da die dem Menschen zur Verfügung stehenden Mittel oft beschränkt sind, kann er nicht immer alle Grund, Kultur und Luxusbedürfnisse gleichzeitig befriedigen. Er muss deshalb eine Wahl treffen oder seine Bedürfnisse priorisieren. Darum fasst man die Luxus- und Kulturbedürfnisse auch unter dem Begriff Wahlbedürfnisse zusammen. Nach einer anderen Terminologie sind Grundbedürfnisse Bedürfnisse, deren Befriedigung in einer Gesellschaft als lebensnotwendig angesehen werden. Um ein soziales Existenzminimum zu ermöglichen, Wahlbedürfnisse zeigen sich vor allem in qualitativ umfangreicheren Gütern. Was ein Grund und was nur ein Wahlbedürfnis ist, wird gern abseits der Beachtung des Gleichwohls, der Ausgeglichenheit und der Grundrechte beliebig bewertet. Nach Rangordnung primäre und sekundäre Bedürfnisse verbreitet ist auch die Einteilung in primäre Bedürfnisse und sekundäre Bedürfnisse. Als primär werden Bedürfnisse bezeichnet, die triebbedingt und also bei allen Menschen weitgehend gleich angesehen werden. Als sekundäre Bedürfnisse werden Bedürfnisse bezeichnet, die von vielen Faktoren abhängig sind. Unterscheidung von Bedürfnissen in der Maslow'sche Bedürfnispyramide Hauptartikel Maslow'sche Bedürfnishierarchie Die Maslow'sche Bedürfnispyramide beruht auf einem vom US-amerikanischen Psychologen Abraham Maslow entwickelten Modell, um Motivationen von Menschen zu beschreiben und gehört zu den kognitiven Motivationstheorien. Hierbei werden die Motive als Antriebskräfte menschlichen Verhaltens gesehen. Die menschlichen Bedürfnisse bilden die Stufen der Pyramide und bauen diese eindimensionalen Theorie gemäß aufeinander auf. Demnach ist immer ein Bedürfnis verhaltenbestimmend bis es vollends befriedigt ist, erst dann gewinnt das nächsthöhere Bedürfnis an Bedeutung und wird verhaltensbestimmt. Die Bedürfnisse sind unterteilt in Defizitärbedürfnisse und Wachstumsbedürfnisse. Die Defizitärbedürfnisse werden durch die ersten drei Stufen vertreten und unter Wachstumsbedürfnis fallen die vierte und fünfte Stufe. Die erste und unterste Stufe umfasst hierbei die fundamentalen existenziellen Bedürfnisse wie Z. B. Die Nahrungsaufnahme zum Erhalt der menschlichen Existenz. Auf Stufe 2 folgen die Sicherheitsbedürfnisse wie Z. B. Ein sicheres Auto durch Airbags. Stufe 3 beinhaltet die sozialen Bedürfnisse wie Z. B. Durch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Darauf folgt das Bedürfnis nach Anerkennung wie Z. B. Durch Verwendung eines Produktes als Statussymbol. Auf der letzten Stufe befindet sich das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung wie Z. B. Durch das Tragen extravaganter Kleidung. Die Defizitärbedürfnisse können hierbei vollständig befriedigt werden, wohingegen dies bei den Wachstumsbedürfnissen nicht möglich ist. Das Modell wird mit unterschiedlicher Begründung kritisiert. Nach Abfolge Komplementärbedürfnisse sind Bedürfnisse, welche erst durch die Befriedigung eines Bedürfnisses hervorgerufen werden. Z. B. hat das Bedürfnis nach einer größeren Wohnung zur Folge, dass ein Bedürfnis nach neuen Einrichtungsgegenständen wie Möbel und Teppiche entsteht. Seit man sich zum Ziel gesetzt hat, das Bruttoinlandprodukt permanent zu steigern, werden durch strategische psychologische Manipulation Bedürfnisse geweckt oder erzeugt, die die Interessen der Industrie nach mehr Absatz bedienen. Man kann also von echten und falschen Bedürfnissen in diesem Zusammenhang sprechen. Der Gesellschaft wird versucht glaubhaft zu machen, dass für ihn ein Bedürfnis bestehe bzw. ein neues Bedürfnis entstanden sei. Bei dieser Gruppe der Bedürfnisarten ist zu unterscheiden nach materiellen Bedürfnissen. Immateriellen Bedürfnissen Materielle Bedürfnisse zielen auf stoffliche Gegenstände wie Z. B. das Verlangen nach Brot, einem Farbfernseher oder einem Smartphone. Immaterielle Bedürfnisse werden dagegen im religiösen, ethischen oder geistigen Bereich befriedigt wie Z. B. das Verlangen nach gesellschaftlichem Prestige, Macht, Gerechtigkeit, Geborgenheit oder einem Theaterbesuch. Bedürfnisse, die von uns konkret verspürt werden, wie beispielsweise das Verlangen nach Lob oder Nahrung, werden als bewusste oder offene Bedürfnisse bezeichnet. Andere, die unterschwellig empfunden werden, sind den latenten oder verdeckten Bedürfnissen zuzuordnen. Sie schlummern im Verborgenen und können zu offenen Bedürfnissen werden, wenn sie geweckt werden. Dies geschieht sehr häufig durch Werbung. Begriff des Bedürfnisses in der humanistischen Tradition Aus der Notwendigkeit eine anwendbare Methode für Konfliktlösung zu finden, entwickelte Mars H. B. Rosenberg, Schüler des Humanisten Karl Rogas, das Modell der gewaltfreien Kommunikation. Aus diesem Modell entstand ein Bedürfnisbegriff der ergänzend zu Definitionen aus der Motivationspsychologie verwendet werden kann. Bedürfnisse in Rosenberg sind allen Menschen der Art nach gemein. Bedürfnisse sind demnach unabhängig von Zeiten, Orten und Personen. Bedürfnisse verschiedener Individuen stehen einander nie entgegen, sondern lediglich die Strategien, die zur Erfüllung der Bedürfnisse angewandt werden. Bedürfnisse sind allgemein. Wünsche unterscheiden sich von Bedürfnissen dadurch, dass sie bereits eine Konkretionsstufe in Richtung auf Strategien darstellen. Will man einen tieferen Einblick in die Ursachen des Problems oder Konflikts bekommen, müssen Bedürfnisse klar von Strategien getrennt werden. Ein Mensch hat in jedem Moment Bedürfnisse, die sich durch Gefühle bemerkbar machen. Es wird hier unterschieden zwischen Gefühlen, die anzeigen, dass Bedürfnisse erfüllt sind und Gefühlen, die anzeigen, dass Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Einige Bedürfnisse in Kernbegriffen zusammengefasst sind nach diesem Modell, physische Bedürfnisse, Sicherheit, Verständnis, Kreativität, Liebe, Intimität, Spiel, Erholung, Autonomie, Sinn, Begriff des Bedürfnisses in der Selbstbestimmungstheorie. Nach der von Deci und Ryan begründeten Selbstbestimmungstheorie haben sich im Laufe der Envolutionsgeschichte der Menschheit drei universelle, psychologische Grundbedürfnisse herausgebildet, die eine optimale Anpassung des Individuums an seine jeweilige physikalische und soziale Umwelt sicherstellen. Es sind dies einmal das Bedürfnis nach Kompetenz, das sich beispielsweise in einer Freude am Lernen äußert, dann das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit, das auch den Wunsch einschließt, selbst eine Bedeutung für andere zu haben, und schließlich das Bedürfnis nach Autonomie, das hier verstanden wird als die tief im Organismus verwurzelte Tendenz zur Selbstregulation der eigenen Handlungen und Koherenz seiner Verhaltensziele. Das Bedürfnis nach Autonomie ist dabei also nicht mit einem Bedürfnis nach Unabhängigkeit von anderen Personen oder von bestimmten Situationen zu verwechseln. Nach der Selbstbestimmungstheorie unterscheiden sich die drei genannten psychologischen Grundbedürfnisse prinzipiell von physiologischen Bedürfnissen, die in der Regel zu einem Verhalten führen, das einen durch einen Mangel hervorgerufenen Erregungszustand beruhigen soll. Dagegen wirken sich die psychologischen Grundbedürfnisse bei ganz unterschiedlichem Verhalten sowohl auf die Art und Stärke der Motivation als auch auf eine damit einhergehende Herausforderung von Verhaltenszielen oder Motiven aus. Je besser nämlich mit dem Verhalten zugleich diese Grundbedürfnisse befriedigt werden können, desto höher ist die Qualität dieses Verhaltens in Bezug auf Kreativität, Problemlöseverhalten und Durchhaltevermögen. Desto mehr ist das Verhalten mit Wohlbefinden verbunden und desto erfolgreicher sind die zugehörigen Internalisierungsprozesse. Insofern grenzt sich die Selbstbestimmungstheorie von den klassischen Bedürfnistheorien in wesentlichen Punkten ab. Begriff des Bedürfnisses in den den Wirtschaftswissenschaften Die Wirtschaftswissenschaften definieren Bedürfnis als den Wunsch, einen empfundenen Mangel zu beheben. Bedürfnisse sind somit Auslöser für jedes wirtschaftliche Handeln. In Verbindung mit Kaufkraft wird das Bedürfnis zum Bedarf, der auf dem Markt als Nachfrage auftritt. Bedürfnisse sind nichts Feststehendes. Sie wandeln sich und sind von vielfältigen Faktoren abhängig wie Alter, Gesundheit, Beruf, Interessen, Charakter, Geschlecht, Einkommen, Klima, Mode, technischer Fortschritt, Theorie der limitierten und universellen Grundbedürfnisse nach Max Neff. Konzept der Interaktion fester Grundbedürfnisse im Unterschied zur traditionellen Auffassung, dass menschliche Bedürfnisse unbegrenzt seien, ständigen Wandlungen unterlegen und sich von einer Kultur zur anderen veränderten und in jeder historischen Entwicklungsphase unterschiedlich sein. Geht Max Neffel davon aus, dass die menschlichen Grundbedürfnisse begrenzt, stillbar, zahlenmäßig gering und klassifizierbar, weil sozial-universal sind, sie stünden miteinander in einer Wechselbeziehung und interagierten. Taxonomie erschlägt für eine Taxonomie der menschlichen Grundbedürfnisse folgende neun axiologische Wertkategorien vor. Subsistenz, Schutz, Zuwendung, Verständnis, Verstehen, Sich-Entwickeln, Partizipation, Musse, Entspannung, Spiel, Kreativität, Identität, Freiheit. Schrittweise Evolution der Grundbedürfnisse Max Neff vermutet, dass die Grundbedürfnisse im Takt mit der Evolution des Menschen entstanden seien. Dynamik und Kontext der Grundbedürfnisse Bedürfnisbefriedigung ist nach Max Neff ein dynamischer Prozess charakterisiert durch Gleichzeitigkeit, Komplementarität und Kompensation und findet auf unterschiedlichen Niveaus und mit unterschiedlicher Intensität statt sowie in dreifachem Kontext. In Beziehung mit sich selbst, in Beziehung mit der sozialen Gruppe, in Beziehung mit der Umwelt, Max Neff hält es für unerlässlich Bedürfnisse von Befriedigern zu unterscheiden. Siehe auch, Askese, Suffizienz, Konsum, Boykott, Abhängigkeit, Sucht, Agieren, Handeln, Kleiner als, Größer als, Mediation, Verhandeln, Kleiner als, Größer als, Verweigerung zum Gehorsam, Gesetz, Waffenbesitz, Karte, Hashtag, Bedürfnis, Entscheidung, Erziehung, Prägung, Hospitalismus, Massenmedien, Orientierung, Vorbild, Umgebung, Selbstwert, Sozialisation, Anpassung, Anpassungsstörung, Sozialverhalten.